hallo und herzlich willkommen liebe freunde herzlich willkommen zurück zu starcraft 2 road to diamond meiner road to diamond wir spielen gegen nemo und nemo spielt tyranner da sind wir ja mal gespannt gerade eben haben wir auch schon gegen den tyranner gekämpft ja und haben gewonnen das wollen wir jetzt noch mal versuchen ich fand das letzte match war gar nicht schlecht ich bin mal gespannt was ihr so in die kommentare schreibt ich habe so das gefühl ich werde besser ja vielleicht ist das aber auch einfach nur ein gefühl aus so vom gefühl her ich werde besser ja dann kriegt das mit den gruppen so ein bisschen auf die reihe ich werde in der bild oder sicherer dass das sieht schon ganz gut aus finde ich so hier wieder schöner ich weiß so schreit er wieder in den comments mich an ja ich musste wieder schön den ball in gleich machen bin mal gespannt auf was der terrain geht ob der auch wieder auf maß infanterie geht oder ob er fällt mir auf tanks geht oder so bin gespannt so hier gibt es wieder den chrono boost gucken wir mal was begegnen und macht gleich so jetzt bauen wir hier mal den gateway hin das entsteht du gehst mal scouten würde ich sagen man sieht es mal ein bisschen anders da wie war es mit der waypoints steuerung ne nein shift nein alt was war jetzt noch mal ja hier waypoints mit shift perfekt so jetzt brauchen wir hier wieder den zweiten pylonen und auch so langsam mal den assimilator fährt mich auf nein ich baue ihn so gut sonst reicht mir nachher wieder die zeit nicht so und den serenetics core hier direkt da kommt schon ein scv und das mal zurück so ok das soll nur gucken das ist mir egal ist mir egal egal wir gehen jetzt auf links dort habe ich mir gedacht mal mal ein bisschen eine andere taktik mal schauen wie gut das läuft ich brauche mehr was pink ist ok so stocker den boosten weiter nein ich habe nicht genug energie okay dann wussten wir denn nicht das ist ein bisschen ärgerlich aber das macht es nicht so viel aus dass der da kommt hat sich nicht so wird das ganze ich weiß auch immer dass er dafür jetzt erstmal ressourcen aufgebraucht hat die werden ihm jetzt dann gleich zählen hin so es kommt immer noch nein nicht die forschung gateway gateway das twilight council noch in stelle läuft muss ich jetzt mal behaupten so ihr zwei geht es mal pushen da waren unterschiedliche probes hatte das gesehen die haben gar nichts gemacht die sie mir und wie hat die verpasst egal halt nein das will ich nicht ich will hier blink so dass die chrono boostet dass sich gerade so ein bisschen wir können hier auf jeden fall dass wir noch ein bisschen ärgern das machen wir jetzt auch das boosten wir durch hier brauchen wir überhaupt geht es draus ja hier ein bisschen das micro raus geholt hier haben wir nicht geschafft okay 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 egal wo ich habe ich habe schon viel zu viel geld ich habe so viel geld ich habe zu viel geld das ist schlecht ich muss mehr bauen vor ort kann ich brauche ich muss geld ausgeben ich habe zu viel geld schon wieder deswegen wollte es auch eine zweite basis kommt schon blink blink ist gleich fertig das ist gut sehr gut jetzt habe ich blink stalker mit denen wird jetzt erst mal ein bisschen genervt mal schauen ach den habe ich doch oder der hat doch nichts da komme ich will noch mehr juni zwei europen was da los da bringt mir gar keine gegenwehr naja hat er einen bunker eingesetzt ja dann gehen wir halt hier hin das liebe ich blink ist geil ich bin jetzt auf jeden fall fan von blink guck mal da auch noch eine base kann man auch direkt mal noch angreifen ok das sieht ganz gut aus proto so all in sagt doch was auch immer das was damit sagen wir sagen das habe ich ganz gut gemacht oder ja ich würde sagen das haben wir gewonnen ganz klar auch kommen warum muss man den da flamen also wir sagen trotz allem ja trotzdem geflamen es war eigentlich ein gutes spiel also meiner meinung nach ich finde ich habe gar nicht schlecht gespielt ich komme so langsam ein bisschen dahinter und die blink stalker die gefallen mir doch richtig muss ich sagen da habe ich was gefunden was mir richtig gut gefällt dann schauen wir ganz kurz hier in meine performance rein war ganz gut ich war nur 15 sekunden supply camp meine apm geht langsam auch höher juhu das ist gut ja und ich würde nur sagen unit technisch weit überlegen naja schön leute war doch eine kurze schöne runde ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich danke dass ihr eingeschaltet habt echt richtig cool schreibt eure tipps weiterhin unten in die kommentare das hilft mir echt wahnsinnig ich finde das richtig richtig geil gemeinsam schaffen wir es ja gemeinsam kommen wir in die diamond liegt habe ich mir ganz sicher bleibt einfach mit dran und wir sehen uns dann beim nächsten mal ich bin mir sicher ciao